Hallo Chef, guten Morgen. Chef, heute ist wirklich sehr, sehr kalt. Ich kann nichts mehr aushalten. Ich sterbe vor dieser Kälte. Ich selber schuld. Warum nicht Schule gehen und jetzt im Büro sitzen? Chef, was soll ich machen? Keine Schule mögen und fertig. Soll ich jetzt wegen dem sterben? Chef, ich war vorher Pipi machen. Glaub mir, Chef, ich finde ihn unten gar nichts. Ich sehe auch so vor der Kälte. Ganz klein werden sie verstecken. Ich soll Viagra nehmen. Okay. Dann aufweichen. Und so viel einfacher finden. Okay, alles klar, Chef. Und gibt es eine Möglichkeit vielleicht, dass heute Bilder nach Hause gehen? Es gibt schon Möglichkeiten, aber nur für dich. Okay. Und was soll ich machen, Chef? Bis 16 Uhr arbeiten. Okay, alles klar. Und gegen Kälte gibt es sogar deine Mittel. Ich soll warme Gedanken machen. Alles klar, Chef. Ich schon verstehe. Ich schon verstehe. Dann schönen Feierabend. Ich soll jetzt mal kurz auf sein.